Ein Star-Trainer zu Gast im Tennisverein Bruck. Wolfgang Thiem besuchte die Nachwuchsspieler des ESV Tennis und gab ihnen wertvolle Tipps. Die Spieler, die heute hier sind, die sind so zwischen elf und 15, 16 Jahre und da geht es im Endeffekt darum, dass man im technischen Bereich arbeitet, dass man da wirklich den Kindern eine gute technische Basis gibt und das ist auch mein Job und darin sehe ich auch meine Aufgabe in der Kooperation mit dem Stadischen Tennisverband, dass ich dafür verantwortlich bin, gemeinsam mit den Trainern, die hier tagtäglich mit den Kindern arbeiten, für eine perfekte technische Basisausbildung zu sorgen. Eine gute Basisausbildung ist nämlich der Grundstein für jeden guten Tennisspieler. Das weiß der Vater von Weltstar Dominik Thiem wohl am besten. Und den Tennis-Nachwuchstalenten hat das Training mit ihm sichtlich Spaß gemacht. Es ist immer lässig. Es hat sich jetzt so standardisiert, dass er einmal im Monat mit uns trainiert und es ist immer richtig cool. Ich komme da immer wieder mal vorbei und es ist immer eigentlich ganz lustig und wir ergeben uns auch immer gute Tipps, technische Tipps vor allem, wo wir uns halt dann daran arbeiten können und so halt immer dann weiterentwickeln können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.